Du sagst bloß nicht meinem Daddy. Kann ich den Stein auswählen und zu dem Daddy gehen? Das wäre super. Was ist eigentlich hier hinten? Eine Zündere trifft es echt, man. Die Tussi nervt wie Hölle. Warum sieht der Stern anders aus als andere? Kann ich den nicht wegbomben? Oh, ich habe noch vier Bomben. Cool. Was habe ich denn jetzt hier freigelegt? Eine Feenquelle. Hi. Ich brauche noch Kareena. Die nächste Creepy Fee. Bitch, please. Mit jeder, pack deine Brüste ein. Hallo, mein süßer Long. Ich bin die Friede der Magie. Ich habe einen mächtigen Zangebock, würde ich. Bitte nehm ihn an. Guck mal, was ich jetzt kriege. Das ist der Rückruf-Dingse, ne? Bettina, please. Ja. Bettina, please. Ein magischer Teleporter. Ah, okay. Ja, 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 ich weiß, wie der funktioniert. Ich lege einen Punkt und mit dem Ding kann ich mich dann nochmal dahin bohren. Wo ist denn in der Theorie ein kluger Punkt, wo ich den setzen kann? Vergiss nicht, Ferrores Donnerstern kannst du nur in einem Labyrinth. Soll ich jetzt echt wieder zu Zelda? Ich werde ihn nicht auf B legen, Ravi. Garantiert nicht. Ich frage mich halt, ob Zitadelle der Zeit so klug ist. Tschüss, du interessiert mich nicht. Hallo, tschüss. Oh, tschüss. Leider, danke. Das ist jetzt echt... Das Ding ist, muss ich jetzt echt zu Zelda oder kann ich jetzt einfach zu Zitadelle der Zeit laufen? Ah, stimmt. Monsieur Eule hätte mich jetzt echt mal... ...dödeln können. Frage. Ich kann ja mit dem Boomerang Items einsammeln. Aus der Entfernung. Kann ich mit dem Boomerang aus Entfernung Herzteile einsammeln? Hat sich gerade erledigt. Link hat sich entschieden, irgendwo hin zu sprengen. Dämlich. Keine Herzteile. Ja gut, dann hat sich das eh erledigt. Ja. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. F*** die Spiele, als ob ich es jetzt nachlassen werde. Obwohl ich jetzt Richtung Schloss will. Äh... Wo ist das Schloss da? Warum eigentlich keine Herzteile? Das ist total unrealistisch. Hey, du kannst alle Items damit ansammeln. Ah ne, Herzteile sind keine Items. Hallo, Navi. Heute schon vor das Fressbrett gekriegt? Noch nicht, Wuchtzeit. Warum ist das Tor nicht auf? Okay. Ach so. Ich weiß warum. Ich weiß es. Okay. Wuhu. Was hat der da reingeworfen? Was hat der da reingeworfen? Sie sind zum Mond geflogen, ich schwöre! Und glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du Nerven! Ja! 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 Mein Gott, danke schön. Die Ocarina der Tide! Die Ocarina ist ein Artefakt-Atemisist-Skonex, sie hat geheimlich volle Kräfte! Soll ich jetzt meine Ocarina verschrotten? LUNK, kannst du mich hören? Ich bin der Zelda! Äh, Zelda! LUNK, nun, da du die Ocarina in den Händen hältst! Ja? Nun bin ich schon weit entfernt. Wo bist du denn? Ich versuchte auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben. Und diese Melodie. Ich bin aber musikalisch total unbegabt, tut mir leid. Siehste, ich bin total unbegabt, tut mir leid, Zelda. Geht nicht, ich muss den anderen Helden suchen. Soll ich vielleicht auch nicht? Hymne der Zeit gespielt. Magix! Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Grayscreen of Death? Anyone? Wohlan Long, ich spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitalter. Geht nicht, Alter. Ha, okay. Mein Gott, Navi ist ja gut. Alter, du Navi, du Attention Whore. Ist doch in Ordnung. Und Backflip in die Stadt! Nein, doch nicht. Verdammt. Nein, 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 nein. Ich weiß halt immer noch nicht weh mich die, ähm, die Dings... Die Schädelmaske drauf. Ich hab grad mal so durch Zufall eingefallen. Wie war das? Unten A, unten rechts A, unten. Äh, unten A, rechts unten A, unten. Nein? Ich so gut. Wie ging sie nochmal? Rechts A, unten rechts A, unten. Okay. Ich glaub ich muss hier drauf stehen. Was hab ich gesagt? Rechts A, unten rechts A, unten. Rechts A, unten rechts A, unten. Wann ist die auch so kompliziert? Wann ist die auch so kompliziert? Los links. Ich meine, natürlich fang Nase was? Was? Was hat fangs Nase damit zu tun? Vielen Dank.